FreundInnen sind für mich Personen, die mich kennen, die mich akzeptieren, die nicht ihre eigenen Ansprüche, die sie vielleicht an sich selbst haben, auf mich projizieren und damit Einfluss nehmen wollen darauf, wie ich mein Leben gestalte, sondern die sagen, du machst die Dinge so gut, wie du sie machst. Fremde sind für mich Personen, die ich einfach noch nicht kenne, die zu FreundInnen werden können, die ich einfach nicht kenne, weil sie woanders leben, in einem anderen Stadtteil, am anderen Ende der Welt.